Hallo ich bin Thea, eure virtuelle Harzhexe, ich werde euch, an viele schöne und historische Orte im Harz führen, und den Harz, hier unter harztour.de vorstellen. Ich stehe hier auf dem Hexentanzplatz bei Thale hoch über dem schönen Boddetal, natürlich muss ich im Harz den Hexentanzplatz vorstellen, diese Aussichtsplattform ist sicher Pflicht bei einem Besuch im Harz, erreichbar ist er zu Fuß, per Seilbahn, Bus und Auto, belohnt wird der Aufstieg dann durch einen sagenhaften Ausblick in das Boddetal, der Hexentanzplatz ist durch Überlieferung angeblich auch ein altsächsischer Kultort, an dem in der Nacht zum 1. Mai zur Verehrung der sogenannten Hagidessen, Wald- und Berggöttinnen, Feste abgehalten wurden, der Ort wurde erst nach dem Verbot des Kultes durch die zugewanderten christlichen Franken zum Hexentanzplatz, dieses malerische Boddetal ist magische Inspiration pur, ob nun Maler, Fotografen, Dichter und Touristen, jeder Besucher hält inne und bestaunt diesen Ausblick bis nach Thale und in das Harzvorland, von hier aus sprang die fliehende, verfolgte Königstochter Brunnhilde, mit ihrem Ross über das Boddetal, hinüber zur Rostrappe und konnte ihren Verfolger Bodo abschütteln, welcher in tiefen Abgrund der Bode stürzte, also auf zum Hexentanzplatz Harz im Harz, eure Harzhexe